Ich habe mich für die Folge entschieden, weil sie für mich da sind und ich mich sehr gut fühle, durch den Betrieb zu arbeiten. Also meine erwartigen Erfolge sind, dass sie für mich in meiner Lehrzeit da sind und dass sie mich unterstützen und dass ich eine gute Zeit mit ihnen habe. Ich finde es sehr schön, dass sie uns die Verantwortung geben, dass wir überall mitarbeiten und mitschaffen dürfen und dass sie uns wirklich eine Chance geben können, zu zeigen, wo unsere Stärken sind. Während der Lehrzeit ist der Folge für mich da und unterstützt mich, egal in welchem Bereich. Vielleicht schulisch oder auch während des Arbeiten. Ich habe immer jemanden, an dem ich mich wenden kann. Ich finde es schön zu wissen, dass der Folge nach der Lehrerin für uns da ist und uns offene Möglichkeiten gibt, um weiter hoch zu steigen und neue Möglichkeiten zu erreichen. Ich empfehle jedem Erfolg, zu schnuppern oder zu proben zu arbeiten, weil es sicher für jeden etwas dabei ist. Es ist so ein schöner Ort, um zu arbeiten und es ist so anders als in den anderen Läden. Wir haben vor allem alles dabei im Alltag. Wir haben so viele gute Kunden, wir haben ein gutes Team, es sind alle füreinander da und wir haben recht viel Abwechslung. Und das wird einem eigentlich nicht lang sein. Wie wirkt euch jetzt?